Es ist noch nichts entschieden. Wir haben jetzt acht Punkte, haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, spielen noch gegen Inter und Real. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Und wir haben es jetzt in der eigenen Hand und die Chance einfach das Achtelfinale zu erreichen. Und die Chance wollen wir natürlich auch wahrnehmen. Heute hat er wieder dort angeknüpft, hat viele Bälle gut festgemacht, hat unser Spiel dann immer wieder auch in die richtige Richtung gelenkt, hat uns Zeit gegeben nachzuschieben, war torgefährlich, hat viel Tiefe gesucht, hat fleißig gegen den Ball gearbeitet und natürlich sich mit einem herausragenden Tor belohnt. Und das ist am Ende, darüber haben wir die Woche mit ihm geredet, das Wichtigste für einen Stürmer und das hat er heute hervorragend hinbekommen.